Durch den starken Wind haben sich an den Gebirgskämmen riesige Überhänge aus Schnee gebildet. Manche von ihnen sind acht Meter dick. Je wärmer es wird, desto mehr verliert die Schneedecke an Halt. Untertitelung des ZDF, 2020 Mehrere zehntausend Tonnen Schnee rauschen mit 130 Stundenkilometern hinab ins Tal. Die Klimaveränderungen sorgen weltweit für immer größere Lawinenabgänge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020